Wir bringen ziemlich viel zusammen. Zum Beispiel damit, so oder dem gelben Kästchen. Na, das ist ein anderer. Ja, damit spart man Stress, Zeit, Umwege und man bringt das Bequeme mit der Nachhaltigkeit zusammen. Weil eines ist immer klar, es muss etwas bringen. Für die Menschen, die Bäume, die Tiere, für uns alle. Darum bleiben wir niemals stehen und bringen Lösungen zusammen, die uns allen etwas bringen.